Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars mit mir, dem Tobi, dem Flory, dem Severanov, der Stumme, der gar nicht in unserem Channel ist und dem Felix, der auch gar nicht in unserem Channel ist. Es ist eine richtig kurze Runde, weil das Ganze sind nur 2x4er-Teams und in dem einen Team sind wir drei, also na gut, Tobi, bau dich hoch. Warte, aber lass dir noch ein bisschen Zeit. Nein, im letzten Moment, Tobi, die sollen nicht checken. Tobi, provozier mich nicht. Tobi, provozier mich nicht. Ich hab keine Blöcke mehr. Okay, hol deine Spitzsacke, Spitzsacke. Und zu mir, zu mir, wir haben die Connection jetzt. Flo, geh weg, geh weg. Leute, wir haben die Connection, Spitzsacke. Ja, hier, Torben, wo bist du? Nein, du musst kommen. Spitzsacke, Spitzsacke. Los, los. Ja, wir sind schon da, haut rein. Ja, was soll ich denn tun? Ja, einfach eine Spitzsacke kaufen, das ist Bronze. Hab ich doch, ich bin doch jetzt da, Alter. Ich wurde runtergekickt, aber ihr macht das. Zwei Eisen liegen auf dem Weg. Oh, selber war eine Frau auf dem Weg, ja. Ja, sehr gut. Alter, das kann man doch nicht als Runde nehmen, echt. Doch. Hi, Keksler. Na, wie geht's, Kuppel? Ey, ohne Witz. Der Keksler hat mich getötet. Das kann man, das kann man glaube ich nicht als Runde nehmen. LOLL! Das kann man glaube ich nicht als Runde nehmen. LOLL! Hat der Letzte euch gegeben, stark. Der hat uns richtig gegeben, richtig. Oh, jetzt bohrt er den Weg ab und ich hab keine Blöcke, ey. Nicht ehrlich. Hast du Blöcke, Flo? Nein. Bring einfach drüber. Fuck! Mach halt nur so hin, Kompetent! Ich hab ihm ein Gold zugeworfen, was ihn nicht gereached hat. Komm, bau. Ich renne einfach mit fucking 26 Bronzer, ein Gold und einem Eisen zu ihm. Hä? Du brauchst Blöcke, du Idiot. Ach so, ich dachte, der Turm würde bauen. Oh mein Gott. Leute, er ist in den Abgrund gesprungen. Nein, ich will den Kill. Hinterher. Nein. Nicht ernst. Doch. Alter. Naja. Oh, ich hab schon der Vorbei erhalten. Geht's oben. Geht's oben. 2 Minuten 31, Alter. Ja, gut, Leute. Wenn man das als eine lange Runde Bad Rose sehen kann, dann war es eine lange Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist eine positive Verwaltung, ja. Ey, Leute, sorry, aber es sind keine Ahnung, im Server hier frei. Oder tut mir leid. Um kein Video mehr zu verpassen. Bis dann. Tschüss. 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 Schon bis die nächste Runde Steampunk 4 mal 3. Tschüss.